Stuff wieder gefunden, das finde ich geil. Bevor wir allerdings jetzt anfangen, an dieser Stelle einmal ganz kurz, hallo YouTube, hallo Twitch und danke Coca-Cola für das Sponsoren dieses Videos. Ich hab wieder Schäferhofer geöffnet. Ah, cringe. Act of a two for a win. Nice. Und, heute auch. Ich sehe schon, gegen Ende von diesem Projekt werde ich der Einzige sein, der noch reden darf. Und wir haben hier auch noch, um nicht nur Coca-Cola zu supporten, von Clary's Salzstangen. Knuspergebäck. Hast du unter eine Salzstange? Ja. Salzstangen sind Beste. Ich hab keine hier. Ich nie. Also, kaufen, ne? Unbedingt kaufen. Richtig gute Qualität, kann ich noch empfehlen. Genau, kauf Cola. Meine Rebe ist gerade zu, sorry, Siedel. Kann nicht kaufen. Was? How dare you? Nein, es gibt eine bessere Rebe zu. Es gibt einen besseren Energy Drink, der heißt Pussy. Ich könnte wahrscheinlich auch noch einen Screenshot von dir machen, wie mein Rebe zu ist. Siehst von meinem Fenster aus, das ist so gut. Boah, in Fensteregion. Alter. DJ, du musst mich denn jetzt nicht füttern. Ich hab wieder meine Essensvorräte gefunden. Die waren irgendwie nicht spawnt irgendwie. Keine Ahnung warum. Invite. Invite. Jaha. Yay. Aua. Guck, der klatscht sein, der tut einfach sein, äh, Dings voll klatschen, sein, sein Raumschiff. Das, 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 das macht der. Hab ich auch, hab ich auch. Hört auf damit. Ich baue mir Fohle. Hast du was zu essen? Ich bin dann mal ausgegangen, glaube ich. Ja, aber natürlich, komm mal hier zu mir rüber, Alter. Ich hab einiges vorbereitet. Maybe a party invite. Maybe a party. Ach, ja, genau. Ich muss euch ja noch einladen. In ne party. Wie, wie, wie? Kann man sein Haustier eigentlich auch in sein Haus tun, dann irgendwann? Äh, ja, wenn man ne Hundehütte hat. Wenn man ne Hundehütte hat, doch. Ich hab noch nie Starbound gespielt. Ich empfehle dir, dringlichst es zu tun. Ja, es ist geil. Mach es wie ich, fang an. Lebt ihr hier, hier, Kühlschrank. Ich muss dringend nahrunglos werden. Und du hast nen Kühlschrank? Ich hab ganz viel Nahrung bekommen gerade. Ich muss nicht mehr vorgesagt werden. Yay. Ach so. Cool. Willst du mir sagen, du hast jetzt den Kühlschrank nicht gesehen? Nein. Ich brauche noch sechs Titanium-Bars, dann können wir den Wooden-Bug-Bars ausprobieren. CJ, ich bin beschränkt von meiner Sicht. Ihr habt schon Titanium? Nein, brauchen wir. Brauchen wir. Ach lol, warte mal. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Ne, wir haben kein Titanium, das brauchen wir. Das brauchen wir. Habt ihr wenigstens schon Fangsten? Ja. Ja, etwas. Okay, das heißt, ihr habt übelst gesuchtet. So, ich habe nicht weit vorgearbeitet, aber... Geh mal da weg. Ja, du. Ja, du. Rutsch mal ein Stück, ne. Pass mal auf. Guten Tag. Kofft's. Tada. Oh mein Gott. Oh. Regievement. Ein Level 2 Ofen. Ja, den habe ich mir mal gewöhnt. Du kannst mal Dural Steel-Bars machen. Geil. Du hast du offert Dural Steel-Bars in Primarily-Found-On-Planets-Orbitant-Radioactive-Stars. Und, kannst du schon den hier upgraden? Füllt halt immer übel die kranken Sachen, die man braucht. Ja, also für ein Update ist das echt extrem. Aber das sieht man dann auch. Ich habe mir mal angeguckt, wie die Level 2 Bank aussieht. Habt ihr eigentlich schon irgendwie Armor oder so? Ja, ich habe Armor. Wir alle haben. Warum habt ihr alle die Armor so? Man kann die auch anders da anziehen. Ja, ich weiß, man kann auch. Ich habe meine als Deko an. Boah, der hat mich abgeschossen. Der hat eine Diegel. Ich bin ja nur der Flammenwerferrischer. Mit Flashlight. Also, so würde ich aussehen, wenn ich meine Rüstung anhabe. Nice. Sieht sogar ganz cool aus. Ja, ich weiß. Ich will nur demonstrieren meinen Flammenwerfer. Ich habe ja da ein Hunting-Go. Übrigens, es fängt schon wieder an. Ich habe gesagt, nicht Lerven und die ganze Zeit mit eurem scheiß Flammenwerfer und diesem Kack-MG. Reißt euch zusammen. Ich meine es jetzt ernst, ne? Ach man, jetzt habt ihr das alle. Ich will das auch haben. Haben wir Gold? Habt ihr Gold? Gold? Ähm, Gold haben wir 15. Ich meine Gold. Die Frage ist, darf ich was kommen? Yo, Vanille-Joghurt. Hallo, Vanille-Joghurt. Wer von euch... Wir müssen jetzt erstmal abchecken, wo ihr alle seid. Sneeze. Hast du Double-Jump? Hast du Dash? Ich nehme mir mal 5 Gold. Ich habe da ja schon mal kein Double-Jump. Was? Kein Double-Jump? Das ist kein Problem. Das war Silber. Oh, ich sehe schon. Wir sind auf einem neuen Planeten. Ne, wir sind über den alten. Nein, naja. Nein, naja. Erdart. Ja, Vanille. Vanille, das ist ein Live-LP. Also, das alles hier wird auf YouTube hochgeladen. Also, deshalb nicht wundern. Wie machen wir das? Einer muss am besten... Ja, CJ, eigentlich sollten wir es eher so machen, dass du auf unserem Hauptplaneten bleibst und wir anderen drei mit dem Raumschiff rumbringst. Ach, das ist kein Problem. Ich kann jetzt halt zu meinem Hauptplaneten. Bient euch alle mal zu mir. Weil ich würde halt am liebsten auf deinem Hauptplaneten... Ja, kommt mal zu mir. ...haus bauen. Ja. Guck mal, ich hab's nicht da verreicht. Ich mach sowieso erstmal die... die... was du mit Gold machst. Ähm... Levi, wir treffen uns in ein paar Minütchen. Also, ich mach hier mal ganz kurze... ...Tour und dann treffen wir uns... Okay. Dann treffen wir uns im Outpost. Habt ihr schon Dias gefunden? Ja. Einen. Ich hab einen Direct-Link hier auf den Planeten. Also, ich komm jetzt zumindest mal wieder her. Wie das mit euch aussieht. Keine Ahnung. Ich mach jetzt erstmal diese Fähigkeit, die ihr alle gelernt habt. Jo. Geil. Wir haben alle gelernt irgendwie, ja. Ich bin jetzt auf dem Outpost. Warte, soll ich schon mal zum Outpost, oder? Jo, ich spendier dir das Silber und das Gold. Töne den Börst. Ist das ein böser Vogel? Ja. Er kommt gerade auf unsere Base, jo. Find ich gut. Ist kein Problem, Vanille. Ist kein Problem. Irgendwann wird auch mal wieder Isaac gestreamt. Das sollte dir dann gefallen. Es ist ja noch einen schönen Abend. Tschüss. Enter the Gungeon. So. 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 Wo bist du? Ich bin reingegangen. Ach, du hattest den Typischen. Wegen dem Double Jump. Ich hatte Double Jump, auch nicht. Ja, okay, dann brauchst du jetzt noch einen. Ich hatte schon den Zeit, nicht den Dash, aber ich hatte noch nicht den Double Jump. Also, du hast schon das Silber abgegeben. Wie kann man das mit dem Ball eigentlich so speeden? Das ist ein Tech Update. Da musst du mal fragen. Wir hatten das gehabt. Äh, Marcel, glaube ich. Hä? Was denn? Den Sonic Ball. Ja, den habe ich. Den kann man nutzenabgraben mit 8 Tech Cards. Genau. Das ist voll geil. Ciao. Oh Gott. Ja, Preuss, noch ein bisschen zu werden. Erstmal alleine. Bis sich vielleicht noch jemand dazu in Chia-Lit mitzureden. So, Levi, du machst gerade den Parcours, ne? Bin durch. Das heißt, du dürftest... Ja, da ist er gerade wieder. So, dann kannst du jetzt die Queste abgeben und dürftest dann den Double Jump freigeschalten haben. Ey, das ist Sonic-Module geil. Ja, ja, schlägt Krammer. Ich überrede mich. Vanille, bitte bleib da, bitte, 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 bitte. Bleib da und dann gibt's Cookies. Oh, Cookies. So, ähm. Kannst du jetzt Double Jump? Hm? Double Jump mal. Nice. Und hier, der dinge Donator. Jetzt kannst du gleich die Ball-Challenge machen. Bullshit. Ich hab mir dafür 5 genommen, deswegen... Sag mal so, wenn irgendjemand was braucht, soll das einfach mal den anderen Legeln da fragen, würde ich sagen. So die beste Sache. Das heißt, also alle fragen immer mich. Ja. Nein, im Late Game... Ich hätt's mal am besten... Warum machen wir es nicht so, dass wir einfach alles, was wir an Ressourcen kriegen, CJ geben? Tut ja ja schon. Weil wir geben sowieso alles bei ihm. Stimmt. Deswegen. Ich hab auch ein Lager bei mir zu ändern, an meinem Schiff, als ich nur wissen wollte. Ja, wir wollen sowieso erstmal zusammen ein Haus bauen, oder was nicht? Nee. Ja. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass Syrah von uns ne Rüstung hat. Danach... Wir werden jetzt auf dem Planeten, ähm, wo mein Schiff derzeit drüber ist, noch ein bisschen Titanium farben. Ah, da gibt... Nein, nicht Titanium. Nicht Titanium. Wie hieß das, was wir suchen? Tanksten. Tanksten, genau. Wenn wir genug haben, werden wir auf einen... anderen Planeten gehen und werden von da aus auf die Suche nach Aviantech gehen. Und wenn nicht, können wir es so machen, dass ich mein Raumschiff, ähm, auf deine Hauptbase mache. Aber dann können wir auch mit deinem Raumschiff rumreißen. Ähm, CJ, wie kann ich dich triggern? Hä? Das ist lustiger als Starbound. List, list, liste. Welche Liste genau? Guck mal, ich bin ein Ball. Guck mal, ich bin ein Ball. Die Level-Liste ist aus dem Fall aus Metroid geklaut. Guck mal, ich bin ein besserer Ball. Wat? Aus Metroid geklaut? Nee. Nein, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht, ne? Guck mal, ich bin ein besserer Ball. Ich hätte es noch gefehlt, dass man Bomben machen kann. Das habe ich sogar probiert, als ich diese mit Airjump im letzten Sprung, habe ich probiert. Ich mache mich so und jetzt... Ob man vielleicht Bomben macht. Wie mache ich Bomben und mache Bombenjump? Ich bin der Beste bei der Ever. Ähm, was ist man noch einen Bombenjump machen? Das wäre einfach Strides of the Metroid. Das ist Strides of the Metroid. Aber hallo. Ähm, Vanille, ja genau, Preußen hat es gerade. Mit Levels bekommst du mit sämtlichen Level. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz meine Liste durch. Dreadwing ist zu schwer für uns, ne? Ja. Das ist eine Pinguin-Kolonie und so. Das da sind... Die eine Quest kann ich nicht machen, weil wir auf den Planeten, wo wir sind, nicht die Pflanzen anbauen können. Das einzigste, was wir wirklich machen können... Hast du das Sinti-Deport? Ja, das ist mein Hammer. Ja, das ist die Energie. Und das hiermit kann ich Gas machen. Warte. 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 Für meinen Fall wäre das schon voll ausgedient. Wer von euch... Ich habe auch Rüstung. Ich habe volle Rüstung. Wie viel noch am Rüstung haben dieses... Ich weiß nicht, wie es mit Labius ist. Ich mache mir gerade noch Rüstung. Du machst die Frage. Bag Armor und Bag Cosmetik und sowas und alles. Ähm, warte mal. Ich kriege meinen Bag Armor. Warte mal. Ich klau mir noch mal eben Cottonwool, wenn es geht. Jawohl, natürlich. Nur zu. Nur zu. Klaut euch alles aus CJs Leben. Ach, komm. Ähm. Wer hält das aus? Diese Big Boy. Was können wir uns machen? Dann werden das nicht ran... Also, wenn das jetzt nicht passt, ne? Hast du alles Tanksten genommen? Alles? Nee. Nicht alles. Also, ich habe alles Tanksten genommen. Dafür schmeiße ich aber gerade auch alles wieder rein. Was ich produziert habe. Ich benutze das Tanksten kurz. Brauchst du das für irgendwas? Ich würde daraus gerne die Rüstung bauen. Ähm, keine Oars. Keine Oars da rein. Nur ganze Barren. Okay. Die Oars kommen in meinen Chip-Blocker rein. Die schmelzt sich irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Da baut alle DJ Cap 1 4. Okay. Das sage ich dir gleich. Also, ich habe gerade... Ich donate gerade wie ein Verrückter, yo. Sechzehn. Ich brauche zwanzig Tankstenbar und eins, zwei, drei Karten wohl. Für wen jetzt? Für mich. Warte, mir fehlt... Ich brauche noch... Für dich. Achso, du hast noch keine Rüstung. Doch, aber ich will die bessere haben. Ich dachte, du hast schon. Achso. Ich brauche jetzt... Ich brauche vier Tankstenbar. Ich habe halt so viele Ärzte. Mehr habe ich nicht. Sollen wir mal runtergehen und ein bisschen fahren? Und wir fehlen auch noch vier Tanksten. Hm... Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Tankste fahren. Die Frage ist, wo soll ich jetzt die Oars hin tun? Wo ist mein Bogen? Die Oars kommen in meinen Haupt-Chip-Blocker rein. Einfach da reinschmeißen. Mein Bogen ist weg. Wo ist der? Ja. Ja. Was ist denn mein Haupt-Chip-Locker? Achso. Ja. Weil er dann eventuell noch mal einen Bogen hat. Äh... Bogen? Welchen hattest du? Ja, ich glaube, den habe ich. Da. Bitteschön. So, CJ, guck mal jetzt in deine Ressourcenkiste. Gleich sofort. Ich muss das mal kurz sortieren. So, aber da habe ich mal... Ich glaube, wir brauchen eine größere Kiste. CJ, guck mal, ich habe bei dir was gemacht. Stop this. Stop this. Jemand verhungert. Jemand verhungert. Jemand verhungert. Ja. Ich nicht. Oh, ich auch. Aber ich habe noch gut zu essen. Ich habe Steak. Alter, eine Kanne Dings füllt voll auf. Geil. Wo ist der Kühlschrank? Ach, da oben. Wo ist der Kühlschrank? Wow. Oh, ja. Oh, Chocolatebars. Warum übersehen alle meinen Kühlschrank? Oh, ein fremdes Bett. Erst mal dran schlafen. Raus aus meinem Bett. Ja, sogar ein Toaster, Mann. Popcorn. Ich kann Popcorn machen. Nein. Popcorn. Pop it like it. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Oh mein Gott. Leute. Dankeschön, Manila. Hä? Was ist denn? Ich lese Twitch Chat mit. Das ist eine Kanne versperrte Gäste, in der sie davor ist. Wow. Das ist kein Problem. Stop this. Warte, wir können auch eine Gruppe machen. Nein. Ja. Okay, was willst du spielen? Ja, während CJ nicht immer links ist. Spiel dir mal. Kanon in D. Kanon in D. Dann nennen wir unsere Gruppe A. Ähm, Libi? Bist du auf dem Planeten? Ja. Wo bist denn du gerade? Ja, bin ich gerade. Hä? Nein, ich meine auf welchem Planeten bist du? Ach so, ähm. Okay. Kanon in D. Auf deinem Stopplaneten? Ja, auf meinem. Ja. Da wird es keinen Tanksten geben. Ich bin extra mit meinem Schiff aufm Orbit gegangen, wo ich es welche finde. Ach so. Dann komm ich mal eben zu dir. Okay. Ich hab's. Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Drei, zwei, eins, play. Was machen die? Die spielen einen Song. Kommt in CJs Schiff, dann versteht ihr es. Nein, danke. Das hört sich voll geil an, finde ich eigentlich. Das ist so gut. Ich brauche mal hier das Rotten Meat. Ähm, Libi, falls es, oder ich glaube auch Chiller, ich glaube ich hab das nicht mitbekommen. Essen kann verderben, wenn man es zu lange nicht verwendet. Also wenn ihr in den Kühlschrank guckt, guckt mal nach den Sachen, die von der Farbe her schon anders geworden sind. Rausbauen. Rausbauen. Warte mal, mit nem Ball bekommt man keinen Schaden, oder? Doch. Doch. Leider. Ich hab's ausprobiert und hab's auf dem schmerzvollen Weg herausgefunden, dass es nicht so ist. Starting to smell rotten, dann guckt's der Eck im Kühlschrank. Ja, das muss weg. Was? Das ist kurz vor Mindesthaltbarkeitsablauf. Ah ja. Ist das so schluss. Warum werd ich weg teleportiert? Hab, no ID. Hallo. Nicht hauen. So. Mach mal, jetzt liegt aus. Gott. Schreck dich. Schreck dich. Einfach mal den Fackeln folgen, die führen uns ziemlich weit runter. Hab nach TJ. Ja. Und ich höre Schüsse. Schüsse. Aber hier muss ich mit meinem Flammer verran, weil ich kann nur mit meinem Flammer verkämpfen. Soll jetzt hier runter gehen, hör was. Ne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist Tanksten? Oh, hier kommen wir über. Ja hier ist Tanksten. Wo ist Tanksten? Hier unten. In der Höhle. Hallo. Bau's einfach ab. Ich komm. Ja, meine ich bin doch scheiße. Entschuldigung. Du hast nen Metal Manipulator wie jeder andere auch. Ist mir egal. Der ist doch so scheiße. Das stimmt. Au. Mach mal Licht. Mach mal Licht. Danke. Warte, ich geb dir auch Gas. Vergasen. Ah ja. Doch, das Schwert ist echt schwitzig. Jo. Ich werd mich mal ganz kurz. Ultimative Vergasung. Ne. Ist echt so. Bisschen ausruhen. Bisschen Tanksten. Wir haben Tanksten. Weißt du was? Taschenheim wird besser. Na. Können wir uns. Wir haben keine Kohle. Ach, da unten ist Kohle. Pass mal auf. Da unten ist Kohle bei uns. Sieg ist gut. Ja. Essen kann Sparotten. Ich mach's da aus. Oh mein Gott. Leute, warte. Ich muss mal ganz kurz meinen Chat hier drüber legen. Aber CJ will ja nicht, dass ich Musik spielt. Deswegen mach's. Hi Jungen. So. War da unten. Heißt das der grüne Joghurt war nicht, dass der grüne Joghurt nicht essbar war. Wenn Joghurt grün ist, ist das kein gutes Zeichen. Ich muss mal ganz kurz was zu essen machen. Außer es ist klebe Farbe drin. Warte mal kurz, ich muss mir mal einen Kohle klauen. Danke. Ok, klar. Da oben ist noch mehr Tanks mehr als Silber. Hallo, hier ist Kohle. Hä, Kohle haben wir genug. Ah na, wir brauchen Kohle. Man kann niemals genug davon haben. So, jetzt machen wir uns neue Milch. Kohle, 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 Kohle. Zwei Steaks und Popcorn. Oh Gott. Oh Gott. Also ich glaube, so langsam wird es hier irgendwie warm. Ich weiß nicht warum. Irgendwie fühlt es hier ganz kümmer, es stinkt hier ganz komisch drin, oder? Nein, nein, es passt schon. Ach, du bist da unten hin. Ich bin nur runtergegangen. Ich habe eigentlich so einen Weg, der führt in eine ziemlich geile Stelle rein. Ach so. Es wäre vielleicht besser, obwohl da unten ist auch Tanks. Ich komme einfach mal zu dir runter. Ich kann auch die Falle legen. Ich kann auch einfach mal ein neues erkunden anstatt altes. Oh, was? Ich hatte auf Halt zu gehen. Ich bin ja da klein an die tiefste Stelle. Oh, hier ist auch noch was. Nice. Guten Tag, was gibt's denn hier? War ich jetzt noch gar nicht. Oh. Okay, wir sind an der selben Stelle. Oh mein Ohr. Habt ihr gerade eben irgendwie weitergespielt oder gestern? Nachdem ich weg war? Nur noch ein ganz kleines bisschen. Weil irgendwie jetzt liegt hier so ganz viele andere Gebiete, wo irgendwer schon war. Wir sind vier Mann. Warten wir nicht da unten hingehen. Ich hab da für eine Technik. Warte. Ich auch. Ich verbrenne das. Die einfach verbrennen. Guck, die brennen einfach immer noch. Nein, nein. Das war mein Motto. Sticky, ich und... Nein, die brennen. Die brennen. Die brennen. Die brennen. Das ist mein Ding. Was haben wir da? Nicht, nicht weg. Echt? Ich heimlich mal kurz. Einen Augenblick. Ähm, warte mal. Hab ich noch Bandits? Ne, hab ich nicht mehr. Ups, äh. Bandits wird sich mal weggeben. Ich hab meine Schwerfleck geschmissen. Wie ist? Komm mal ran auf den Leder. Baby. Hier, bitteschön. Ah, danke. Alles zu noch was brauchst. Machst du bitte irgendeine Musik ein? Am besten Brainpower. Ähm. Nein. Wie schon gesagt. Pyramiden. Mini Pyramiden dann ja. Nein, das ist nicht. Hier ist da unter uns. Das ist Fangsten. Ich höre meine Schwerfleck raus. Fangsten sieht aus wie Monster der Dreiecke. Daran erkennt man's. Ja. Einfach nach Monster suchen. Ähm. Na zwei nach Gotta. Na zwei nach Gotta. Da unten ist ein Monster. Ich will da hin. Nimm die Kohle mit. Wer braucht Kohle? Wir nehmen das Geld an. Nochmal ganz kurz zum Mitschreiben an Preußen und allgemein an den Twitchchat. Das ist ein Live-LP. Das heißt, ich werde keinerlei Musik hinzufügen. Wir werden uns nur mit dem Custom-Sounds von Starbound beschäftigen. Und mal ganz kurz. Ich wollte den Masel ganz kurz schnell so machen. Warte mal. Warte noch. Hilfst du noch mehr? Mach mal deine Ver-Plan-Attacke. Mach voll voll. High five. Warte Warte Warte, wann sind wir die ganzen Pokémon nochmal? Ich weiß nicht mal wer Starter-Pokémon heißt. Flufen-Mater? Nein Flanzen-Starter-Pokémon. Wie es unser Samen? Ehh Welches von welches ... Ehh, da wo ich ... Nee, da wo es versoero ist. Das eine Feuer ist. Ehh wenn der. Ich, das ist hier nicht ne Ex chce es hat oder? ES Gáis airplanes. Die da raus. Schwarz-Weiß. ich glaube ich bin gerade so ein bisschen dabei wieder auf meinen alten weg zu kommen ich habe gerade irgendwie teamspeak geöffnet ich mache morgen ein vanilleeis und ich mache das ist ein Kaffee und ein paar jährlich nutzten vor in dem ich jetzt krecken alle drei ich habe mich richtig gebuchtet moin ich will ganz am ganzen Ende der Welt der Höhle einfach gebootet mitten gelandet ok meine dann einen schönen Abend hier noch und viel Spaß beim Handy leiden wenn ihr fliegen ins Wasser tut könnt ihr nicht mehr weiter fliegen äh ok äh ok das ist ziemlich logisch Team Sledges ICJ äh Levi oh Gott Guten Tag Fällt mir übrigens auf dass ich so ne ich bin übrigens ne ganz helle Birne im Kopf ne ich weiß nicht ob man das sieht ne aber im Gegensatz zu euch brauche ich keine Taschenlampe Birnen ich auch nicht weil ich leuchte aber ich leuchte wesentlich heller ich hab ne ich hab ne ich hab ne ich hab ne ok vanillee dann bist ich später dir ich später man sieht sich ich leuchte ich bin eine helle Birne aaaaaaaaah lauf mal voraus so einfach nie hält du leuchtest ok er muss erstmal Energie aufladen verdammt brenn du Vieches irgendwas oder es ist böses im bus dann auch hier ein dann auch dir bis nachher ich hab seltene kiste bekommen bitte drauf geld warum machen wir mir 23 schaden jungs was sind wir auf einem planeten desert mit moderated also doch schon etwas fortgeschritten ich rette dir ich habe mich selbst gerettet war mal wieder vor dem leben im leben verloren ich habe ein bisschen wieder auf unseren und noch mehr wir würden hier schon wieder abgeschlachtet katzen geister ich kann nicht mal so schlecht wie sieht es bei euch mit dem tanksten ohr aus ich habe ich hab siebzehn brauchen einiges mehr jetzt habe ich 20 für mich sollte das reichen für dich schon geister gegner wollte mich verkack eiern 14 ohr geister 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 und boost ich glaube du musst übrigens eine afk xpv message reinhauen ansonsten dauert das zu lange ach egal einmal ein paar streams mittlerweile sind ja wirklich ein paar streams bei dir ich weiß wo wir hin das hier ist da das eisbio wo wir gestern drin waren wer war mit mir drin noch mal ich habe ehrlich gesagt gar keine idee mehr wo ich gerade bin ich versuch gerade wieder auf mein verbrannte katze was verbrannte katze nein das riecht nicht gut das schmeckt man hat ein level ab und ist gerade gar nicht da wir haben alles durchlootet wenn wir nach unten gehen kommen wir vor allem muss man gucken wie viel level habe ich denn ich bin auch so ein bisschen angst ich bin ja welcher platz bin ich mit dem stets und auch ein paar keine ahnung ich bin neunter ich weiß nicht wer ich bin ich war letztens neunter damit ich bin unter den top zehn jungs nein also ich schätze mein leben ist seit zwei jahren platz eins ja weil du hast ein leben das ist aber nicht mehr ein jahr ich habe ein leben bei cj ja ich will dieses leben mal sehen vielleicht ein leben oder nicht vielleicht eine neue robe machen oder vielleicht auf youtube ja was mich auch und ich mach gar nicht so lange schon mit das geht gar nicht wow ich kann mich nicht da durchtapieren ernsthaft was geht hier so da greift mich was an ich bräuchte um was machst du was zu essen dabei geil ich ja hab ich komm hier damit es nicht runter fällt damit es nicht runter fällt ähm hier eine dose die sich vollkommen ganz heilt ähm voll essen geht es nicht nein perfekt äh nimm thunfisch ess kein thunfisch das ist das ist gift das ist das ist ah thunfisch ist voll lecker ja ich wollte gerade das sagen ich hasse alles was aus dem meer kommt ich habe ein unerforsches gebiet gefunden mit dem professor dann wird mir keine freunde weil ich bin ein verschläferer nein ich liebe japanische küche von daher mhm Sushi ich mag mal ich hab einen Sushi gefunden ähm ww will ich einen Dagger kommen dann komm runter oh ich will auch ich hab doch schon zwei Shares T ja und ich will auch was na für besser besser ja was überlegen hat 4 damage Raid of Fire ignoriert mich ich buddel mich ja nur gerade runter und werde wahrscheinlich gleich euer Untergrund das Raid of Fire ist gleich mal 2 alter ich probier den mal eben aus so warum will mich alles umbringen und warum bringt mich fast alles um alter doch noch das ist der Dagger mit 4 Schaden mit 4 ja und ich hab sogar noch ein Schild oben in meinem Ding also kann ich das nutzen geil ich bin doch schon wieder hier oder ich hab schon einen mit 4 ich hab schon einen mit 4 ich kann einen Minion für mich kämpfen lassen dann wie kannst du nur wie kannst du nur er ist mehr Sklavenkreiber als ich helb mir oh hier gibt's langen cool Leute ich muss hier oh hi guten Tag hallo hoi ihr habt alle high damage weapons ich habe ich habe nur zwei schwerte es reicht aber zweimal load damage ist auch high damage genau einfach den anderen gegner hätte hier eine wunderschöne gute er hat das aber ich kann nicht schaden und durchgebracht es kann sein ja muss ja und wenn ich die schon wieder nach unten ich wollte nach oben gehen die ich werde ich machen sind und das schön fest wenn du es zum Komplett haben da schmerz ich erst mal Popcorn rein ich glaube wir haben einen Jugendhaus so will er abhängen und das akzeptieren das gar nicht ein ganz normales solches wort es ist nicht weil ich vergaß ich bin durchgebracht es ist ein deutscher korrechter das ist aber auch so nichts dran schade da haben wir schon aber doch an wort diese kiste 50 Frauen der gast stimmt wie viel Schaden machen die eigentlich ich hab die nie ausgültig Er steht da nicht dabei, fuck. Ich hab einen Schild, den kann ich gleich mal zu meinem Decker machen. Guck mal hier, jetzt bin ich der Decker Master mit dem Schild, guck hier. Wir haben gerade einen leichten Erdrutsch. Oh, da ist noch einer Bohr, komm mal runter unten. Oh, hier ist noch eins, perfekt. Könnt ihr mir auch mal ein paar Waffen mitbringen, Dries? Das Problem ist, das tut mir jetzt sehr leid, ich hab sämtliche doch relativ High Damage Weapons, die schlechter waren als meine derzeitige immer verkauft. Sonst hätte ich Levi jetzt vielleicht ein paar neue Schwerter geben können. Das tut mir sehr leid, hab ich nicht dran gesagt. Aber stimmt, bevor ich's vergesse, solltet ihr ein paar Weapons finden, die schlechter sind als eure eigenen, denn tut die mal in irgendeine Kiste rein, für blank, falls er später mitmachen möchte. Nicht mehr gelten Frauen, Decker? Nein. Ja, an sie wird jetzt gedankt, hab ich gesagt, aber nicht. Ein I. Schief, oh Gott. We make some legs, sorry. Ich baue dich nach unten rechts, da ist so ein Teil, was man Sachen machen kann mit tun. Warte, warte, können wir nach unten rechts gehen, hier so ein bisschen. Ja genau, bau dich mal hier durch, hier ist ganz wie eine dünne Wand. Ich glaube, es ist eine Kiste. Oh, ein Ding. Mop ist mir egal. Ja genau, ich weiß. Komm, hier und rechts. Ach, nach da. Da unten ist nämlich eine Dammchen nochmal, glaub ich. Ähm. Lawine. Wir haben einen Lawinen-Serverabschutz, glaub ich, wenn wir weitermachen für Apfel. Ne, wir hatten gerade, ich hatte hier gerade schon größere Lawinenbrüche. Oh, geil. Komm runter, du musst dich nicht mehr bauen. Also. Ich will aber, ich will diese Pixel-Kapsel. Dann loote ich schon mal. Geil, ich kann looten. Ey, es ist sofort Licht angegangen. In den Labor. Da unten ist eine Secret-Kiste. Da baue ich mich hin. Okay, kann ich die haben? Dann kriegst du die anderen oben. Marcel, du lerierst schon wieder so schnell. Ich hab ein Upgrade-Modul. Ein TV-Helm. Geil. Kalux-Perfect-Tomahawk. Ups. Im Haushelm. Das Ding muss ich mal angucken. Hey, willst du mich wirklich begraben? Loll, hab ich dich gerade wirklich eingebaut? Ja, ich komm hier nicht weg. Oh mein Gott. Ups. Ich hab ne richtig geile Waffe gefunden, die zwei Hände. 40,2 Schaden. Special Blink Explosion. Darf ich die? Die macht Feuerschaden, die kannst du haben. Ich kann die Hand dir geben, Levi. Komm her. Ich frag, darf ich die? Ähm. Achso, sorry. Ja, sei es. Dünn Unterschied. Sorry. Ähm. Ich bin... Da ist ein Feuer-Kaninchen-Eichhörnchen. Was weiß ich. Feuer-Kaninchen-Eichhörnchen. Was denn jetzt davon? Ein Eichhörnchen, glaube ich. Okay. Shade-Dagger mit Giftschaden. Oh. Ich werd jetzt mal ausprobieren, wieviel die Throwing-Dagger an Damage machen. Ja, was gibt es mir? Es gibt mir Explosionen. Wow. Oh, noch ein riesiges Dungeon gefunden. Oh, da muss rein. Oh, was ist Throwing-Dagger? Hey, Young-Gong. What do you call a Janice Millionaire? Yeah. What do you call a Janice Millionaire? No-Dagger? Mil-Ching? Oder so? Keine Ahnung. We have no idea. Hey, die sind alle verschwenden. Ich wollte nur gucken, wie schnell man die werfen kann, weil die Hunting Spears dauern ewig. Nein, die sind ziemlich stark. Wow. Wow. Oh Gott. Ich hab hier ein ganzes Lach... Ach, nee. Was läuft? Wie nennt man einen chinesischen... Wie nennt man einen chinesischen Millionär? Cha-Ching. Nice. Der ist gut. Er ist gut. Hat wer genommen. Er könnte grad aus meinem Buch sein. Hä? Hier hat alle schon gelootet. Wer war hier hinten? Fuck hell. Hier sind... Hä lol, warst du hier Levi? Wir sind schon... Ja, ich hab ja alles genug. Hier ist ein Fleisch-Biom. Ach, ich weiß, wo ich bin. Schiller hat einen natürlich noch. Jaaa. Ganz lang Fleisch-Biom. Ich bin da. Easy. Ball-Mode activated. Ich bin gerade irgendwo und hab ganz viele Sachen geliefert. Der rollt. Der rollt. Oh, ich hab nen chinesischen... Zum Thema chinesischen. Einen Schei-Mai. Die haben Waffen. Die haben Waffen. Nicht angreifen. Das Dorf haben wir hier schon mal untersucht. Verkaufen die Waffen. Was ist denn oben? Ich weiß nicht. Was verkauft die? Redi? 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 Warst du schon in dem chinesischen Dorf? Nein, war ich nicht. Ich hab die Levi gefragt. Da kann man ne... Nein, war ich nicht. Wir haben hier ein orientalisches Dorf. Also, falls es dich interessiert. Also... Machen die Sushi? Boah, muss ich mal gucken. Irgendwo gab's denn einen Laden, wo man was kaufen kann. Ah. Geil. Keine Waffen zeigen, sonst sind die böse. Okay. Ja, die greifen dich an, du Volch Basti. Weil du denen ihre Sachen einge... zerhauen hast. Ah, ich hab nichts gemacht. Du musst deine Konsequenzen lernen. Oh, CJ. You gonna have bad time. Das ist der schönste Satz im Moment. Das ist auch gar keine Waffen, ne. LOL! On days like this, kids like you should be burning in hell. Mit meinem Fernwerfer. Deine Mutter burned. Der ist nämlich auf mich auch aggro gewesen. Ja, ohne Grund. Ich hab's grad gesehen, CJ. Äh, tipp edig zu mir. Bin ich denn hier gelandet? Ich komme gelaufen. Ich bin sofort da. Nein, nein, tipp edig, tipp edig. Ich bin genau über deinen Items. Ich komme zu dir. Bisschen Fleischhöhle. Bisschen Fleischhöhle. Ja, Fleischhöhle. Ich? Ich hab ihn. Wir werden dieses Dorf jetzt gleich capturen. Heißt, wir werden den einen Typen da killen, der hier Tumult macht und... Fängt euch an! Ich bring euch an! Dann muss ich erstmal gucken, wie viel Tanks wir haben. Und dann bewegen wir uns vielleicht... Spreng den Typen jetzt erstmal rum. Schnauze voll, ey. Ja, mach das mal. Dann bewegen wir uns vielleicht auf einen anderen Planeten. Geil. Und zwar, wir müssen ja für die Hauptquest innerhalb von dem Gentlestar auf einen Waldplaneten. Ich bin grad in ein anderes Bejung gekommen. Fleischhöhle. DJ, hast du deine Alten? Ich hab gesagt, ich komme gleich. Ich bin grad wieder hoch. Ich würde mal hinne machen. Nicht, dass dir die spawnen. Wir haben locker 10 Minuten Zeit oder mehr. Ne, ja, ja, mehr als eine Stunde Zeit. Denn bei mir auf meinem Planeten sind die gar nicht gespawnt. Ich bin nachher vom Server gelaptet und dann sind die immer nicht gespawnt. Okay. Ich glaub, die Blechser auf, die bleiben immer. Es sei denn, ich glaube, du geschließt das Spiel. Warte mal, ich muss jetzt irgendwie wieder nach oben kommen. Die spielen auch nach oben. Aber das wird eigentlich einfach sein. Oh Gott, mein Deutsch. Wir haben vielleicht die komischen Geister. Die, die aussehen, die haben Hörner und die sind bei mir. Der schluckt echt gut was der Typ. Und das hat was getroppt? Das hat Facematter getroppt. Geil. Pass auf, dass du nicht, hey, pass auf, dass du nicht die anderen, äh, Bewohner killst. Gut. Ich hab Facematter bekommen. Der Facematter ist wieder online, sogar in Starbound. Wow. Oh, sogar wirklich, er ist nicht online. Warum ist er nicht online? Ich bin wieder in einem normalen Biom, geil. Boah, die hassen uns jetzt alle. Oh shit. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe ihn bauen. Wer ist da? Aber irgendwas klappt da nicht ganz. Ich gönne mir erstmal nur kurze Runde, ne? Okay. Ich schlafe. Okay. Also zum Legen gerichtet. Ja, natürlich noch irgendeinen Raum. Ja, da ist noch jemand mit einer Quest. Geil. In der Quest werde ich auf Folien gekippt, so zu killen. Das finde ich gut. Die Quest könnt ihr auch mal um zu killen. Nö. I had no encounter with some bitch. Bitch, ne? Terrorist. Fuck. Meine Badges sind weg. Naja, egal. Ich muss mal gucken. Oh, wir haben den, wir haben den Auftragskiller Mission. Geil. Ich habe die gerade bei jemanden angenommen. Das ist auch so ein Typen in Fragezeichen. Ne, Ausruf ins Zeichen ist der. Wenn der Fragezeichen hat, dann hat er die Kaffee. Ne, da kannst du es annehmen. Nein. Ja, doch. Stimmt nicht. Stimmt, wenn du Fragezeichen hast. Das ist gefährlich. Gut. Aber jetzt sind sie zumindest nicht mehr feindlich auf uns. Hä? Leih. Gut. Was soll, was soll denn das? Wir haben nichts gemacht. Der hat uns einfach angekossen. Du bist mit den Schwern in das Dorf reingerammelt und hast erstmal die Krüge zerstört. Echt? Ja. Das ist doch ein relativ guter Grund. Ach, ich bin in diesem Dorf, wo die ganzen Mini-Häuser waren. Ne? Schlafen. Da, wo ich meinen Hauskopf gefunden habe. Mhm. Da muss ich nach links gehen, wenn ich nach oben will. Okay, das weiß ich dann noch. Das dauert dir das mal ein bisschen länger. Naja, egal. Habe ich meinen... Kann man irgendwie einen Upgrade machen, dass man mehr Energie hat? Ich glaube ja. Mit Trust. Mit Trust. Genau. Okay. Weil mein Flamberg fand ich so ein wenig schießen. Er ist echt übelst krank. Der ist auch eigentlich richtig boosted. Es gibt später so gute Waffen, die richtig gut Schaden macht. So boosted. Wer weiß nicht mehr... Kennt ihr mal diesen Lieben mit dem Typen? Wo sagt, das ist ja mehr versalzen als ein Neuspieler. Ja. Kommt mir selber keine Frage. Es ist so salty. Ich glaube ich bin ein Loyal-Player oder so. Nein. Da gibt es irgendwie so eine Koch-Verarsche. Ja. Die war doch sogar heute auf dem Discord. Feuerball! What's up, Dude? Guten Tag. Moin. Da ist Engländer. Hallo. Hallo. What's up, Mate? What's up? Oh, ich habe unsere Base, glaube ich gefunden. Nee, das ist auch nicht. Nevermind. Hm. Hm. Wie viele Steine sind denn hier, Alter? So viele Steingegner. Viel zu viel. Too many Stones. Too many Stones. Too many Stones. Ich will eine richtige... Das ist eine richtige Rüstung. Ist das sowieso? Das, was du gerade hergestellt hast. Ja. Ach, mindestens etwas. Einfangen zu... Das will ich verkaufen. Das ist unnötig. Brauchen wir nicht. Das brauche ich jetzt. Geil. Nein, die Gegner sind immer die Besten. Also, ich habe... CJ, ich habe dir alles in die Kiste gelegt. Achso. Jo. Danke. Der Pyroman ist mal wieder am Start. Pyroman, ne? So, 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 so. Da habe ich mich aber irgendwann hochgebaut, oder so. Denn da ist ein Grand geradeweg nach oben. Aber wie kann man da hoch? Und Double Jump. Da habe ich noch gar keinen Double Jump. Le. Warte, warte, warum sag ich mir einmal? Vor 15 Minuten? Kann man eigentlich Stacks irgendwie splitten? Ja, mit Rechtsklick. Also, da nimmst du immer nur ein Item davon. Ja, aber kann man das irgendwie mehr splitten? Also, zur Hälfte. Ich weiß es nicht. Ich kann es mehr splitten. Zu einer Hälfte von einem Block. Rüsten. Hier, Chiller. Hast du eine komplette Rüstung. Yay. Something. Wo komme ich hier hoch? Gar nicht. Guckt es euch mal an, wie ich aussehe, alter. Military Miku. Warte, ich komme gleich. Ich guck gleich. So, ich hab mir jetzt ein bisschen Fiber von den Grysnack. Wie? Kannst du gleich? Komm, das kann nicht sein, oder? Ich bin Military Miku, aber ne, ich mach das mit dem Blümchen. Hier drin. Komm, ich stehe auch so. So, dann nehmen wir uns mal einen Kupfer. Töne das da wieder rein. Das ist der schlimmste, der in der Gebäude gegeben hat. Wir haben jetzt 110 Kupfer, 74 Eisen, 239 Kupfer und 87 Silber oder sowas. Hey, da ist ja noch Tanks übrig. Nice. Ja. Wie soll ich da bitte hochkommen? Wo kann ich die Rüstung bauen, beim Ende? Ach. Jo, Ende. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, weil es ändert sich vor allem mit den Rassen her, wie die Tierstufen heißen. Mein niedrigstes ist Scavenger, ne, Ranger und jetzt ist es Scavenger, glaube ich. Oder was? Ich hab was geiles gefunden. Ich hab alle Module in einer Kiste gefunden. Ne, Scouter und jetzt ist Scavenger. Äh, der Server hängt grad bei mir irgendwie? Ne, jetzt nicht mehr. Hm, Server hängt. Sollte nicht. Ich hab einfach alle Module in einer Kiste gefunden. Wie lack ich bin. Jetzt hab ich insgesamt zwei Shipmoduls. I call Hex. I call Hex. I call Hex. Ich bin wieder im Sandteil da. Also weiß ich, ob ich an einer Oberbrecke bin. Na einer Oberbrecke, ja. Ähm, etwas, glaube ich, ja. Corden geht nach. Nicht wirklich viel mehr, aber ich glaub für ne Rüstung rei... Ne, ich glaub wir haben noch zwei Stück. Wo, wo ist das? Alles ist bei mir in der Kiste, in meinem Shiplocker. Dürfte das sein. Endlich. Ich bin in der Oberbrecke. Gleich. Wir haben sogar noch acht. Ich bin nach oben gelaufen. Er hat den nach oben gegraben. Ne, ich hab einen Weg gesucht. Ich auch. Schnell. Das chinesische Dorf sichern. Ich bin in irgendeinem Dorf. Ach, im Militärdorf bin ich. Ja, weiter links von dem Chinadorf ist so ein Military Outpost. Könnte man fast sagen. Da war ich ja gestern auch mit drin. Jo. Ich muss eigentlich nochmal ein Schiff reparieren. Wie geht das eigentlich? Naja, man kann ja nicht ganz schön sagen. Ach genau, stimmt. Warte, ich werde dich da gleich ein wenig begleiten. Ja, dann mach ich noch und danach bin ich erstmal weg. Oh. Oh. Viel Spitzman. Warum eigentlich? Nur wegen deiner Mutter? Ja, meine Mutter will dich, dass ich mit Tizzles während sie ins Bett geht. Weil ich halt ein Zimmer neben mir bin und sie das wahrscheinlich hört. Oh. Okay. Viel Spitzman. Heimer ist sie auch neben mir. Und? Ich glaub, ey, ich verpressen doch. Also ich werde dabei nehmen. Einfach Ethanol betäub sie. Das wird nicht funktionieren.